Stau, Stau, Stau. Eine Situation, wie sie in Norderstedt zu häufig anzutreffen ist. Deshalb möchte ich da etwas gegen tun mit einem unideologischen Maßnahmebündel verschiedener Dinge. Zum Beispiel der Verflüssigung von Verkehren entlang der Tangenten, zum Beispiel dem weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und zum Beispiel von Schaffung von Park-and-Ride-Parkplätzen an den Zufahrtsstraßen von Norderstedt und da die entsprechenden Autoverkehre abzufangen und in öffentliche Verkehre umzuleiten. Das ist unser Schritt, unser nächster Schritt hin zur Zukunft Stadt Norderstedt.